Bruno Nebelung – Kompetenz in Green Vom 28. bis 31. Januar 2014 hatte die 32. Internationale Pflanzenmesse, kurz IPM, vier Tage lang die Türen für Fachbesucher geöffnet. Über 1500 Aussteller aus über 45 Ländern präsentierten alles rund um die Pflanzenwelt. Laut Angaben der IPM-Pressestelle ist die Besucherzahl aus dem Ausland im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Über 57.000 Fachbesucher aus über 100 Nationen nutzten die Möglichkeit, sich zu informieren, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Altbewährtes, aber vor allem Neuheiten, Trends und Innovationen machen die IPM zur Weltmesse der grünen Branche. Auch die Bruno Nebelung GmbH war mit den Marken Kiepenkerl und Sperli für die Besucher präsent. Sie konnten an unserem Messestand alles über die Neuheiten für das Jahr 2014 erfahren und unsere Produktvielfalt, das Markenportfolio und sämtliche Marketingkonzepte kennenlernen. Der nächste Termin für die Messe steht schon fest. Wir laden Sie wieder herzlich ein auf die 33. IPM vom 27. bis 30. Januar 2015. Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch. Sie finden uns auf der IPM in Halle 2, Stand 2. Wir freuen uns auf Sie!